FC Büernation, das ist aus. Und niemand wartete. Bayerische Fans sorgen. Wenn Sie ein treuer Unterstützer der größten Deutschland sind und keine der Informationen verpassen möchten, die gerade den FC Büern eingegangen sind, abonnieren Sie den Kanal jetzt, denn ich verfolge alle diesen News und ich werde euch darüber aktualisieren. Ergebnis aus erster Hand. Los gehen nachrichten. Der Fies hatte sich, am Samstag beim 3.2 siegte Bayern gegen Hertha BSC eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Trainer Julian Nagelsmann ersetzte ihn nach rund einer Stunde, der 22-Jährige verließ bedauernd den Platz. Der Dock sagt, es gibt mindestens einen Faserriss, sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz. Und diese Diagnose wurde am Sonntag bestätigt. Glück für Alphonso Daffiers, der Linksverteidiger des FC Bayern hat sich gegen Hertha BSC einen Muskelfaserriss zugezogen. Das letzte Testspiel vor Turnierbeginn am 11. November gegen Bahrain wäre ohne den Linksaußen ausgetragen worden. Um immer über die neuesten Nachrichten vom FC Büern auf dem Laufenden zu bleiben, ist es sehr wichtig, dass du dein Liege hinterlasst, damit YouTube dir immer diese Informationen liefert. Aufatmen bei Bayern-Star Alphonso Daffiers, WM-Teilnahme mit Kanada nicht in Gefahr. Möchten Sie als Fan des FC Büern Alphonso Daffiers bei der WM sehen? Oder nicht? Lassen Sie Ihre Meinung unten in den Kommentaren. Ihre Meinung ist für den größten Klub Deutschlands sehr wichtig. Abonnieren Sie den Kanal, weil ich Sie jederzeit über weitere Neuigkeiten aus diesem Ergebnis aktualisieren werde.